Hier haben wir nochmal fünf von sieben Babys. Das sind unsere S-Babys. Dabei hat die Luciana bei sich zu Hause, wenn die einfach die Schwächsten waren, was jetzt auch nicht mehr ist. Denen geht es wunderbar. Ihr seht, sie sind fröhliche, super nette, neugierige, gesunde Babys. Ja, die freuen sich natürlich über ein Zuhause. Wie ihr seht, die bleiben auch eher klein, sind keine Riesen. Also Mama, die wissen wir nicht, wer ist, also sie sind eher unbekannt und sind nicht sehr groß, jedenfalls jetzt schon. So, also hier haben wir die fröhlichen fünf von Sidi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017